Das ist eine Messe, die auf der Welt einmalig ist, hier in Düsseldorf, weil sie so ein großes Spektrum hat. Es geht eigentlich darum, Interesse zu wecken und die Liebe zu wecken, auch zum Wasser. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen Bombenerfolg, damit Sie auch ein 100. Jubiläum bekommen, denn der Weg, der eingeschlagen wurde auf der Boot hier, ist genau der richtige. Es ist Zeit, zu folgen die Call und zu visiten die Welt's largest Boat Show.